Jo, ja mal Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Weiter-Let's-Play von OMSI2, der Omnibus-Sanator. Heute sind wir unterwegs mit dem M1 Line City A20 auf der Linie 318 und ja, würde ich sagen, steigen wir wieder ein und fahren weiter. So, hoch, hoch. Da geht auch kein Funsen mehr, oder? Ja, wir haben draußen Winter auf jeden Fall, sehr kalt, viel Schnee und ja, sonst was gibt es zu erzählen, an sich eigentlich nicht viel. Wie gesagt, das ganze Fahrzeug ist eine Mod, wieder mal, wie immer eigentlich. Die Karte ist die Standardkarte Bad Tübelsdorf. Ähm, joa, genau. Äh, Linie 318 fahren wir jetzt von Erlengrund nach Bad Tübelsdorf, hat man auf. Auch eine schöne Überlandstrecke auf jeden Fall. Und, joa, genau, wir haben es jetzt eine Früh, 6.40 Uhr muss man sagen. Und, genau. Joa. Auch wieder mal ein recht herzlichen Dank für eure Unterstützung auf dem Kanal. Wir sind jetzt hier bei 277 Abonnenten müssen sein. Freut mich auf jeden Fall sehr. Dafür auch ein großes Dankeschön. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall echt super, dass euch die Videos doch so gut gefallen. Und, genau, joa, auch hier wieder, wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst doch wie gesagt gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und gerne einen Kommentar und, genau. Joa. Joa. Joa, hier fahren wir ein bisschen schön durch den Wald, auch sehr cool. Vielleicht kommt auch das nächste, nächste Dorf, äh, schon wieder. Ähm, genau. Das ist dann, was ist denn das, äh? Ah, steht da gerade noch nicht. Ich sehe überhaupt nicht, es ist viel zu dunkel. Oh, es ist doch nicht an. Also bitte. Ja, heute machen wir nochmal ein kurzes Video. Ähm, ja, genau. Reicht auch, denke ich, mal hin. Das eine Video, habe ich gesehen, und über tausend Aufrufe einfach mal. Auch sehr cool auf jeden Fall. Und, genau. Ja, so, cool. Stille fahren. Geht jetzt nochmal das hektische Fahrrad, bleib los. Geht jetzt nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 So würde ich sagen, halt mal hier kurz mal an Machen wir kurz mal ein Fundnail So, reicht das schon Und weiter geht's So, jetzt müssen wir da vorne nach links So, jetzt können wir da vorne Hallo? So, auch hier müssen wir uns kurz mal aufpassen, dass das ja auch alles passt, weil sonst wird das ein bisschen zu eng. So, auch hier kommen. Norddeutscher Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und Tschüss!